Leute, ist das nicht schön hier in meinem Privatchat hier ein bisschen am Arbeiten Alter, was ist das denn eigentlich? Oh Gott, Alter, was geht jetzt los? Oh shit Hilfe Oh, das ist bestimmt nicht gut Alter, was? Oh Oh no, oh no Oh no Der Typ auch so ganz chillig sitzt, auah Oh shit Äh Mal vordern wir doch ein Loch Ich muss hier raus Schnell Scheiße, Alter Da ist ein Boot Was ein Zufall aber auch Was ist das denn? Oh lol Na, wo bin ich hier? Oh nein, meine schöne Hose Okay, was ist das denn? Da hinten ist eine Insel Hier auch Gehen wir mal dorthin, oder? Oder können wir mit dem Halt ja eh, um mitzufahren Kann ich mit dem jetzt? Ja, aber ich kann irgendwie nicht paddeln Okay, ja, dann gehen wir mal auf die Insel Oh, alles klar Das ist schon der erste High Aber der macht uns glaube ich nichts, oder? Oh Gott Okay, vielleicht doch Okay, wir sind jetzt hier scheinbar gestrandet Ähm Ja, jetzt heißt es überleben Oh Gott Deswegen fliege ich nicht so gerne Okay, da ist auf jeden Fall schon mal eine Kokosnuss Die nehme ich auf jeden Fall schon mal mit Kann ich die irgendwie droppen? Oh, nämlich kann ich die Zeit sehen, oder was? Okay, nice Kann ich die irgendwie hinlegen? Hallo? Ah, mit Kuh Okay Das würde ich sagen Bauen wir uns erstmal Ein Feuer Irgendwie so läuft der, ne? Was kann ich mit dem jetzt machen? Kann ich da irgendwas schlagen? Hallo? Fekos, Alter Das ist ein geiler Name Okay Können wir irgendwie ein Inventar aufmachen, oder so? Mit Tab Ah, das ist der Rucksack Herstellungsgegenstand Aber wie kann ich was herstellen? Warte mal Okay, mit C kann man ins Herstellungsmenü Vielleicht erstmal ein Werkzeug Anziehenhölzer Okay, also Was gibt's hier noch so? Okay, ein Unterschlupf Eigentlich auch mal ganz geil noch Okay, dafür das brauchen wir scheinbar vier Stöcke Ich such die mal Oh, Leute Ich hab gerade Kartoffeln gefunden Nice Können wir die wieder anpflanzen? Okay, hier ist noch ein Stock Ah, hier ist auch nochmal ein Stock Okay, dann hätten wir jetzt drei Reicht das schon? Ne, brauchen vier Ein Feuer Okay, dann such ich mal noch einen Oh, Alter Guck mal, eine Krabbe Kann ich die schlagen? Ne Okay Ah, hier ist noch ein Stock Okay Jetzt haben wir aber genug Was bist du denn? Nein, da Nehme ich Stoff auf Nimm einfach mal alles mit Was ich so finde Setzling Palme Okay Warte mal Wir machen jetzt erstmal ein Feuer Oder vielleicht erst ein Handwerk Okay, ich hab jetzt dieses Steinwerkzeug gemacht Das könnten wir nämlich schon so machen Dann machen wir hier mal noch ein Feuer hin Einfach hier schon mal einen Stein Damit da nichts passiert Ja, jetzt brauchen wir ein Feuerzeug, ne? Können wir mit dem irgendwas machen? Irgendwie hier abschneiden oder so? Ne? Okay, aber bei dem können wir irgendwas machen Ich fäll mal diesen Baum Wenn das überhaupt geht Ah, doch geht Okay Okay, Stöcker Dieser liegt ja auch noch meine Kokosnuss Nehmen wir auch mal mit Den Dann machen wir den Setzling hier auch noch weg Wie mache ich jetzt das Feuer an? Ist die Frage Kann man irgendwie ein Feuerzeug grafen? Grafen da lachen Man kann halt Anzündhölzer machen Okay, und wie machen wir die an? Oh Gott, Alter Okay, Leute Ich spinne, spinne, spinne Komm schon, komm schon Schneller, schneller, schneller Boah, Alter Oh, die können wir mehrmals benutzen Das ist nice Alter, was ist das denn? Achso, das ist Stoff Okay Kartoffeln Können wir die hier irgendwo pflanzen Oder brauchen wir da etwas Spezielles? Warte mal Stimmt Wir müssen hier jetzt dann auch gucken Wie das Wasser hier Aber erstmal würde ich gerne Digga, kann man das nicht? Irgendwie die Kartoffeln Um die neu anzupflanzen Wäre nicht Ziemlich ein bisschen wichtig Oh nein, jetzt habe ich die gegessen Jetzt mal Ja gut, die hätten man vielleicht Immer auch braten können Oh, jetzt habe ich da was gepinnt Ne, warte mal Ey, wieso läuft mein Typ manchmal einfach? Also Essen hätten wir hier schon mal so ein bisschen Und Fische hätten wir auch Aber Wo ist denn hier jetzt die Axt? Ja, die Axt Unser Messer Hä? Ist das kaputt gegangen? Okay, dann machen wir jetzt halt kurz ein neues Okay Ich weiß gar nicht Können wir das mehr Wasser überhaupt trinken Also ich nehme es mal wahrscheinlich nicht an Weil Weil es ja Salzwasser ist Nee Okay Das Ding ist, wir hatten ja Fische Das ist Also Nahrung hätten wir Aber Dann brauchen wir jetzt wirklich so ein Wasser Dings Oder wir finden hier irgendwo ein Wasserloch Ich glaube nicht, dass es das hier gibt Oh, er muss sich abkühlen Geht das im Wasser? Ja Komm schon Scheiße, ich treffe nicht Was bist du denn, Alter? Ist das überhaupt ein Tier? Noch nie gesehen so was Oh Gott, Alter Okay Ähm Ja, wir müssen jetzt Wasser finden Oh, Leute Man kann eine Palme hochklettern Okay, warte Aber das wollte ich eigentlich gar nicht Ich muss mich abkühlen Komm, wir dürfen nicht zu viel sprinten Können wir uns hier abkühlen? Ja, scheinbar Okay Warte mal Irgendwas hat mir gerade gesagt Ja, das Rettungsboot schwimmt weg Wenn ich es nicht bald finde Dann wird es für immer verschwunden sein Aber für was brauchen wir denn ein Rettungsboot? Wir sind ja hier auf der Insel Ich sehe sowieso gar kein Rettungsboot Hä? Ist wahrscheinlich einfach weggeschwommen Ohne uns Naja Was soll es denn? Okay, wir sollten jetzt aber dann wirklich mal Ich meine, sonst gibt es ja nichts zum Trinken Ne Wir sollten jetzt ja wirklich mal so ein Wasserdestilierer irgendwie bauen Eine Kokosflasche brauchen wir dafür Wie zur Hölle machen wir denn eine Kokosflasche? Stimmt, warte mal Wir haben doch eine Kokosnuss Wo habe ich die hingepackt? Die hier zum Feuer geworfen oder was? Da liegt die noch hier Ah, ne, warte Die habe ich im Inventar Okay, warte mal so Jetzt droppe ich eine Weil irgendwie Was stand da mit Warte mal, ist unser Messer? Oh, ne, warte, komm zurück Irgendwie kann man Daraus schon mal eine Schale bauen Wenn man die aufschlägt Trinkbare Kokosnuss Weiß ich das jetzt schon? Okay, warte mal Dann trinken wir die mal Ist das alles? Toll Okay, warte mal Dann haue ich erstmal noch weiter drauf Warte, zuerst vielleicht Zurück kurz gucken Ob es reicht schon Okay, ne Es ist scheinbar doch noch nicht Einer Dings So, leere trinkbare Kokosnuss Komm schon Bitte funktioniere Gehe jetzt nicht kaputt Ah Kokosnusshälfte Okay, was kann ich mit denen jetzt machen? Ein Stück Kokosnuss Ja, aber das hätte ich jetzt nicht gewusst Kann ich jetzt mit denen irgendwas machen? Nicht genug Platz im Inventar Oder was? Junge, so läuft mein Typ manchmal einfach Das üble Wheel Ja, was machen wir jetzt mit dir? Können wir da jetzt Wasser holen? Oh, das habe ich dir gestern aus Versehen Ups Okay, warte mal Wie machen wir denn so eine Schale, Alter? Es steht hier halt auch nirgends Kokosflasche, hä? Es gibt hier halt auch einfach kein Crafting-Rezept Ah doch, lol Oder jetzt ich eine ganze bin Ah, okay, warte mal Hier ist noch Geschichte Farming Ach so, lol Ja, das muss man mir zuerst sagen Transportmittel Hier bauen Kann man sogar ganze Häuser bauen, lol Alter, das ist geil Wir haben jetzt eine Schnur Dann können wir uns jetzt schon mal so eine Kokosflasche machen Okay, das machen wir, glaube ich, in Kokos Ja, haben wir keine Ach nee, warte, die Kokosnuss habe ich abgelegt Ja, genau Okay, dann esse ich die jetzt auch nochmal So So, dann machen wir uns jetzt erstmal hier diese Ähm Hallo? Wieso kann ich die nicht craften? Muss ich eh drücken? Da habe ich jetzt so ein Hä, ich verstehe es nicht Wieso kann ich das nicht craften? Okay, wir sollten uns auch bald mal einen Unterschlupf bauen Aber erstmal will ich diese scheiß Kokosflasche Aber wieso kann ich die nicht craften? Hä, ich habe doch Platz mit mir da Ah nee, ich habe keinen Doch, ich habe noch einen Platz Keine Ahnung, was das soll Holen wir uns jetzt erstmal noch Können wir hier Nee, Blätter können wir hier Wir brauchen Blätter halt Und tatsächlich geht das hier Dann müssen wir das schon mal wirklich in den Baum fallen Okay, ich würde auch sagen, dass jede Folge immer einfach so ein Tag ist Dass ich dann gar nicht so Hashtag 1 Also, beziehungsweise Folge 1 Sondern auch wirklich einfach Tag 1, Tag 2 Und, oh Gott, Alter, bin ich erschrocken, ey Ich hoffe, hier kommen jetzt keine Zombies Aber vermute ich jetzt mal nicht Gibt es du mehr Pflanzen? Oder so Blätter? Ach, scheiße, nicht genug Platz mehr im Winter Ja, was brauche ich dich da Toll, jetzt zieht man natürlich auch nicht mehr so viel Okay, reicht das jetzt für ein Zelt? Warte mal Okay, nee, was brauchen wir denn da? Ein Palmwedel, ach so Okay Aber dafür können wir Schnur machen Das ist bestimmt auch wichtig in Zukunft Werkzeuggürtel Ach, jetzt haben wir einen neuen Slot Ach so Okay, können wir jetzt vielleicht diese Kokos-Dings machen? Nee, jetzt fällt uns ein Zeil Ach, scheiße Aber warte, wir können uns ja eins machen Jetzt sollten wir wirklich genug Platz haben Ah, jetzt hat das auch geklappt Frage ist Was brauchen wir jetzt noch für diesen Trink-Dings? Äh, wie sagt man? Oh Gott, warte mal Ich bin gerade komplett verrückt Oh Für diesen Wasserdestillierer Brauchen wir jetzt noch ein Seil und ein Palmwedel Okay Dann müssen wir wahrscheinlich noch trotzdem eine Palme fällen Aber jetzt habe ich, ähm Ja, keine, keine, kein Messer mehr Machen wir kurz ein neues Oder Ah, ne Ne, dafür habe ich zu wenig Schmur Wir müssen nochmal so ein Steinwerkzeug machen Mal gucken, ob das überhaupt klappt Oh, das ist noch eine Gugnuss Nämlich auch Funktioniert das überhaupt? Ich glaube nicht Wir müssen, glaube ich, erstmal nochmal hier kleinen Bäume fällen Wieso kann ich keine Bäume mehr fällen? Und wieso kann ich hier nicht mehr weg? Hallo? What? Okay, warte mal Ah, jetzt hat es geklappt Ach, stimmt Aber der gab mir ja gar keine Dings Der gab mir gar keine Wie sagt man? Diese Blätter Dings Ey, wieso rennst du denn jetzt einfach wieder? Toll Das müssen wir aber immer Nochmal so eine finden Wenn es das hier überhaupt noch gibt Alter, man sieht aber auch einfach nichts Oh Gott Alter Das war gerade so creepy Ich weiß nicht, was da für Viecher geht Oh Gott Was darf ja Viecher leben Die in der Nacht Erwachen, Alter Da war auch eine Fledermaus, oder? Ja, das wird noch ein Abenteuer auf jeden Fall Ich weiß nicht genug Platz im Winter Scheiße, warte mal Was droppe ich denn jetzt? Ja, Stoff, Alter Kommt scheiß drauf Ähm, okay Wir müssen jetzt nur kurz gucken Ich weiß nämlich gerade gar nicht Ähm, was wollte ich gucken? Warte mal C Hier Okay, wahrscheinlich brauchen wir Gut, eine Axt Wäre halt auch nice Was ist das hier? Zwei Steinwerkzeuge Und noch eine Schnur Okay, dann machen wir Erstmal nochmal ein Steinwerk Ähm Warte mal, was? Okay, warte Dann brauchen wir hier jetzt nur noch Einen Warte mal, wie können wir das eigentlich theoretisch auch anpinnen? So, genau Brauchen wir jetzt nur noch eine Schnur Und für eine Schnur brauchen wir noch viermal Von diesem Dings hier Da haben wir allerdings nur zwei Und das heißt, wir müssen noch ein bisschen suchen Hier hat es noch einen Okay, noch einer Come on Den finden wir in der heutigen Folge noch Okay Gut, dann haben wir den jetzt auch Dann können wir Jetzt noch einen Seilcraften Und dann Hätten wir die grobe Axt auch schon Brauche ich jetzt den hier nochmal aufheben? Achso Aber einen Stein brauchen wir ja nicht Gut, dann können wir das ja jetzt noch craften, oder? Die Axt Achso, jetzt erstmal natürlich noch Schnur Ach, scheiße, ey Das mit dem Inventar ist ja so lästig Ich droppe jetzt einfach hier immer noch die Kokosnuss Okay, Spur Genau Oh nee Ja, ciao, ne? Achso, jetzt geht das, Alter Ich dachte gerade Okay, eine grobe Axt Nice Okay, wir hätten jetzt eine Axt Scheiße Wo ist die Kokosnuss hin? Komm zurück, Mann Okay, Leute Dann würde ich sagen War es das mit dieser ersten Aufregenden Nacht Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie überhaupt schlafen können Ich glaube, ich glaube aber nicht, oder? Naja, wie dem auch sei Auf jeden Fall War es das mit dieser Folge Von Stranded Deep Mit dieser ersten Folge Mit diesem ersten Tag Den wir überleben mussten Und Ja, wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal, Leute Tschau